Also ich bin wie ein Nachbar mit dem Paris-Ville-Court. Ich bin ein bisschen spazieren und wir waren hier am Tannenhof. Das ist eine Stiftung. Da sind wir zum TCS-Gebbingplatz am Neuportersee gegangen. Das ist anderthalb Kilometer vom Tannenhof entfernt. Das ist der grösste Campingplatz der Schweiz. Es hat über 1000 Wohnwagen. Er ist schon im Winter geschlossen und im Sommer offen. Er darf noch bis 2024 so weitergeführt werden, wie er besteht. Die Naturschützer haben sich stark gegen den Campingplatz. Die politische Einsprache hoffen, dass der Campingplatz im Naturschutzgebiet geräumt werden kann. Und dann beginne ich nachher, dass der Campingplatz heruntergang